Lektion 12 im Restaurant Kellner, ich möchte gern einen Tisch für zwei in der Nähe der Tanzfläche haben. Hier entlang bitte. Gefällt Ihnen dieser? Sehr gut. Und dir, Helena? Er ist wirklich sehr gut. Setzen wir uns. Hier ist die Speisekarte. Kellner, was schlagen Sie heute vor? Nun, wir haben einen sehr guten Krabencocktail für den Anfang. Und danach haben wir ausgezeichnetes Brathohn. Das klingt gut. Was findest du, Wilhelm? Das finde ich auch. Kellner, bringen Sie bitte Salat mit dem Huhn. Sehr gut, mein Herr. Möchten Sie etwas zu trinken vorher haben? Ja, einen Martini für meine Frau und ein Glas Bier für mich. Wollen wir ein bisschen tanzen, bevor das Essen kommt?